Das Produzieren eines Filmes zur Vorstellung einer Gemeinde, Gruppe oder Einrichtung ist ein größeres Projekt. Überlegen Sie gemeinsam, welche Geschichte Sie in Ihrem Film erzählen möchten oder was Sie mit Ihrem Film erreichen möchten. Schreiben Sie dann konkret auf, was Sie zeigen können und welche Aufnahmen Sie machen möchten. Beginnen Sie mit den Dreharbeiten. Sie können verschiedene Kameras zum Aufnehmen verwenden, achten Sie darauf, nicht gegen die Sonne zu filmen. Dann geht es jetzt in der Richtung der Jet inclusive Wasser. Sie werden mithocken und haben keine Verkaufnahme, nicht alles. Sie werden mitرفt etwas, was Sie sehen können. Vorher innen ist es für die Sonne. Es ist für die Sonne. Nutzen Sie dabei ein externes Mikrofon. Dies verbessert die Qualität deutlich. Sortieren Sie am Ende Interviews und Aufnahmen thematisch und setzen Sie dann Ihren Film zusammen. Bis zum nächsten Mal.